Wenn du dich genauso viel im Internet rumtreibst wie ich, dann hast du in den letzten Wochen mitbekommen, wie das Konzept von künstlicher Intelligenz von dieser super fairen Zukunftsvision ziemlich schnell zur Realität geworden ist. Der Kunstgenerator Dolly kann jetzt schon aus einem einfachen Kommando sofort Bilder generieren, die in ihrer Qualität der Arbeit von menschlichen Grafikdesignern ziemlich nahe kommt. Und viele Grafiker müssen deswegen jetzt schon um ihre Existenz kämpfen. Jetzt haben wir auch noch den Open Chat AI Bot bekommen, der ganze Texte generieren kann und damit quasi die Arbeit von Journalisten und anderen Autoren basically ersetzen kann. Und auch für uns als Producer wird das in den nächsten Monaten und Jahren eine Gefahr werden. Wir haben zwar noch keinen vollständigen Beat Generator in dem Sinne, aber es gibt jetzt schon super viele Werkzeuge, die auf Basis von AI, künstlicher Intelligenz uns dabei helfen, unsere Musikproduktion schneller und einfacher zu machen. Der Open Chat, den ich gerade schon erwähnt habe, kann zum Beispiel ganze Chord Progressions generieren. Es gibt dann Chord Player, die diese Chord Progressions direkt in komplette Midis oder auch direkt anhörbare Melodien umsetzen. Das Plugin ADS-R generiert für dich Drum Patterns, die du dann mit wenigen Klicks an deine Wünsche anpassen kannst. Das EQ-Tool Soothe erkennt Störfrequenzen selber und entfernt die direkt aus deinem Mix, ohne dass du das noch selber machen musst. Und das Plugin Ozone wird immer, immer besser und übernimmt jetzt schon seit vielen Jahren im Grunde halt die Arbeit von einem Mastering Engineer, also einem kompletten Berufszweig in der Musikindustrie. Aber das ist noch nicht mal alles, denn wir haben jetzt schon Tools wie zum Beispiel Mubert oder Mubert, keine Ahnung, was dir halt komplette Beats direkt mit einem Mausklick generieren kann. Das sind zwar alles ganz praktische Werkzeuge, aber die ersetzen Stand heute noch nicht komplett die Arbeit von einem Produzenten. In meinen Augen ist es aber wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendein AI-Generator kommt, wo man einfach Gunner-Type-Beat eingeben kann und der spuckt dir sofort 10 Beats aus, die halt von der Qualität her genauso gut sind wie die Beats, die dir bei YouTube bei diesem Keyword ausgespuckt werden würden. Und wenn das wirklich Realität wird, dann kriegen wir alle ein Problem. Ich glaube auch Songtexte schreiben ist eine Sache, die easy von AI übernommen werden kann. Der Open Chat hat jetzt gerade noch so ein bisschen Probleme mit Reimen und Flows, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das komplett von AI generiert werden kann. Wenn das, was ich hier gerade in den Raum werfe, wirklich Realität wird und in meinen Augen kann das nur noch ein bis zwei Jahre dauern, dann werden wirklich viele, viele Menschen hier in unserer Bubble kein Geld mehr verdienen. Warum sollte ich halt noch einen Type-Beat von Rapper XY von einem anderen Menschen bei Beatstars kaufen, wenn ich mir auch einfach kostenlos und copyrightfrei einen von der AI generieren lassen kann? Warum sollte ich auch als Producer noch Loop-Packs von anderen Producern aufmachen und meine Credits mit anderen Leuten teilen, wenn ich mir basically den gleichen Loop auch einfach aus irgendeiner Datenbank ziehen kann? Ich glaube, das große Problem kriegen hauptsächlich diejenigen, deren Musik sehr stark von anderer Musik inspiriert ist, also zum Beispiel Type-Beat-Channels, Loop-Maker und Rapper, die sich halt wie andere Rapper anhören. Also, wenn wir mal ehrlich sind, die halbe Musikindustrie. Aber ich glaube auch, dass AI begrenzt ist. Die wirklich spannenden Musikerinnen und Musiker sind schon immer die gewesen, die Musik neu erfinden und Innovationen vorantreiben. Und ob das eine AI wirklich auf demselben Level machen kann, davon bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich glaube halt nicht, dass KI so epochale Meisterwerke wie To Pimp a Butterfly oder Scary Monsters and Nice Sprites oder Come Over When You're Sober generieren kann. Aber Palmen aus Plastik sieben? Halt vielleicht schon. No Front. In meinen Augen wird die Arbeit für uns als Producer in Zukunft nicht mehr darin liegen, irgendwelche Melodien zu komponieren oder Drum Patterns zu programmieren oder Tracks abzumischen, sondern halt eher so diesen DJ Khaled Weg zu gehen, also zu curaten und das richtige Stück Musik an der richtigen Stelle zu platzieren. Und das ist ja, by the way, auch eigentlich das, was Produzenten vor 30 Jahren schon gemacht haben, wenn man sich so Legenden wie zum Beispiel Rick Rubin anschaut. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz die Musikindustrie in den nächsten paar Jahren komplett auf den Kopf stellen wird. Und zwar viel schneller, als wir alle das jemals erwartet hätten. Für uns als Producer ist es jetzt, glaube ich, super wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Werkzeuge, die uns gegeben werden, anzunehmen, zu benutzen und uns weiterzuentwickeln. Also die Sachen zu machen, die halt nicht einfach so von KI ersetzt werden können. Ich finde das Thema wirklich extrem spannend. Wir sind da gerade noch ziemlich am Anfang von der Entwicklung, aber ich glaube, das wird jetzt super schnell gehen und uns die nächsten Jahre wirklich extrem viel beschäftigen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen zum Thema. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde da auf jeden Fall ein paar Mal reinschauen und mit euch noch so ein bisschen über das Thema diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Ehrlich gesagt freue ich mich auch drauf, weil Innovation ist eigentlich immer gut und führt immer zu coolen, neuen Ergebnissen, mit denen man jetzt noch nicht rechnen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen gruselig, weil ich wirklich davon ausgehe, dass mindestens die Hälfte unserer Bubble in den nächsten paar Jahren einfach ihre Arbeit verlieren wird. Lasst mir eure Meinung da. Ich bin gespannt. Macht's gut. Peace.